Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 7 Remake. Jo, wir sind in Kapitel 11 in der Geisterstadt. Oder Geisterstunde? Wie heißt der Abschnitt? Doch, Geisterstunde, okay. So, dann gehen wir mal hier weiter. Kleines Lagerfeuer zum Aufwärmen, das ist immer gut. Das lichtweiße Weg, okay. Ja, so viel können wir auch gar nicht machen. Wahrscheinlich noch nicht. Dass, wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Hier soll es spucken. Das sind sicher nur arme Märchen. Glaube ich auch. Aber... Beeilen wir uns. Ja, mal gucken, ob es hier wirklich Geister gibt. Oh, ich sehe schon ein paar Gegner. Oh, ich gehe erstmal hier rüber. Immer alles auskundschaften. Immer alles auskundschaften. Oh, Mithril-Stab. Oh, Mithril-Stab. Wie sieht es immer hier aus, Aerith? Wachstab. Hat sie noch gar nicht fertig genannt. Jetzt kommt schon der Mithril-Stab. Oh, hat er halt einiges an Magie. Das würden wir dann so mehr Fähigkeiten fertig kriegen. Jetzt wird aufgeräumt. Na, helfe ich dir. Ach, Werrat. Das geht ja schnell wahrscheinlich. Jo. Ja, das ging schnell. Oh, spuckt das hier? Komm raus, komm raus, wo auch immer du bist. Okay, das sind keine Geister. Ah, die könnte mal Analyse machen. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht. Greifkäfer. Okay. Das ging ja gut. So, mach ich einfach mal, um das zu aufzunehmen, endlich. Bis hier rückwärts. So, haben wir das denn jetzt fertig? Ne, okay. Das schlingelt sich noch weiter so, okay. Okay, das wird noch spaßig. Okay, das wird noch spaßig. Okay, da ist nix. Oh. Oh, Kunst. Irgendwie auch süß. Das war ein schnelles Ende. Okay. Hier können wir noch rein, Leute. Hauptsache, hier geht schon dann nach oben. Oh, ein Ge- Ein ganzer Ge- Wrong Way. Sicher? Man hat doch eigentlich was. Los geht's. Oh, ein Ge- Kind. Oh. Ich glaube, ich bin ein Ge- Ich glaube, es geht gar nicht umschlagen. Ich glaube, es geht nicht umschlagen. Leute, das muss ich jetzt nicht umschlagen. Ich glaube, es geht umsonst. Ich fühle mich. Oh, das wird doch ganz schön rein. Wenn die Tiefe einmal loslegt, dann wächst kein Graus mehr. Dachte ich mir doch TP-Wust. Und von da sind wir gekommen, es müssen wir da oben weiter. Okay. Ups. Seid ihr okay? Alles noch dran, glaub ich. Kein Problem. Guck mal. Ganz schön dreist. Folgt diesem Weg. Ist diese Nachricht etwa für uns? Nein. Nein. Oh, ob das eine Fall ist? Oder wollen die uns helfen? Wir haben das Bahndepot erreicht. Ui. Was zur Hölle? Dann los. Oah. Ach. Ach. Aber keine Sorge. Wir haben doch einen furchtlosen Bodyguard. Nicht wahr? Hm. Oder? Geister sind nicht mein Metier. Keine Ausflüchte, hörst du? Mach deinen Job. Aber nur, wenn ihr mich loslasst. Na, wie soll man denn so kämpfen, ne? Er wollte nicht mitkommen. Ah, ich will eigentlich hier durchgehen, dann komme ich schon nach dort, wahrscheinlich. Aber ich gehe jetzt mal gerade aus. Okay, hier kann ich nichts machen. Hab ich dich? Hab ich dich? Was? Wollen wir reden? Was? Er fängt, als er schon gut ausfällt. Tiefer, machen wir eine Analyse. Okay, Feuer ist wirksam. Das wird doch nichts. Jetzt heilen wir uns aber erstmal. Und die Tor auf. Tiefer. Okay, ach, müsst ihr, ich konnte mir ja kein Feuer. Dann müssen wir mal sie spielen. In Besitznahme? Oha. Fröger. Geist. Ja, das wollte ich auch machen. Danke. So, nochmal Fröger. Oha. Du hast dich. Neh? Aber es geht schon mal. Umso. Und jetzt bin ich. Oh, vielleicht mal Gebet. Ja, jetzt können wir drauf. Okay, voll an. Okay, das war jetzt ein bisschen viel. Kann ich denn jetzt zurückgehen und dadurch? Irgendwie nicht, ne? Was gibt's da bitte zu warten? Also. Was zum? Ich bin. Vakia! Ja, das war knapp. Wollte er uns helfen, das war ein Unfall, oder wollte er uns umbringen? Ja, sie kommen hier nicht mehr durch. Nee, anscheinend nicht. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit weggespringen, naja. Okay, jetzt habe ich das auch fertig wieder. Okay, dann können wir sie ja gleich mal endlich umrüsten. Okay, auf Hochtun muss ich dann noch weitermachen. Aref, Wachstab hat sie jetzt fertig. Äh, okay, dann mal den Silberstab. Jups. Ah, da kann ich doch was ausgeben. Äh, magischer Attacke. So, jetzt können wir bestimmt hier rechts lang. Oder doch nicht? Ja doch, okay, jetzt geht das Licht wieder an. Ist das der Geist? Okay. Dann gehen wir ja mal weiter. Ich würde schon sagen, er fährt jetzt wirklich los. Zum Kran geht es dort oben. Okay, da schiebt ja wieder der Geist rum, oder? Stopp. Okay, hier ist doch nichts. Also hier ist schon nächste Etage. Kran. Was ist hier drin? Okay, hier geht es wieder runter. Was ist die Frage, soll ich jetzt da rein? Oder ist sie rüber? Ich geh mal hier rüber. Okay, da geht es auch weiter. Ah, schwierige Entscheidung. Okay. Wie, was ist das? Ich bin lustig. Ich bin lustig. Ich bin lustig. Ich bin lustig. Die Awakensarge das war, aber ich bin lustig. Ich bin lustig, oder ich bin lustig. Jetzt reicht es, Herr, aber. Blieck. Du kannst nicht weiter, sein Licht. der Angriff war ganz nett äh, Gothic-Armheim guck ich mir nochmal direkt an ah, ich drück mal die falsche Last Cloud ist das denn was für dich nice Cloud hat gerade Titan-Armheim ja, das bringt uns sogar 3 ok Ausweichrundschlag fwz.tp-boost ok, was können wir denn noch reinsimmeln ja, ich mach auch einen p-boost rein so äh, geh ich jetzt rein wo Command steht oder hier oh toll und wir kommen nicht zurück auf der anderen Seite war noch ne Kiste ach, schöner Salat gefunden was bist du verrückt äh ich zähle auf dich äh tief grün zummer Rachel öh öh tief er öh 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 Klautur auch. Da reicht doch nicht Regener, da reicht doch die Trauung. So, kommen wir jetzt wieder zurück? Okay. Oh, da ist auch ein Versteck. Und da komme ich wahrscheinlich irgendwie da drüben rein. Okay, da ist noch eine Tür. Aber wie kommen wir denn da hin? Ah, da ist auch eine Tür. Hab sie hier? Auch jemand versteckt? Ich glaub schon. Gefunden! Ich mach mal ein bisschen mit 11, dann muss ich die Fähigkeit nicht mal vollkriegen. Ich mach mal ein bisschen mit 11, dann muss ich die Fähigkeit nicht mal vollkriegen. Oh, das war ein schneller Kampf. So, hier war so eine Truhe, Kiste, was auch immer. Oh, zwei Megatrank, die nehm ich doch. Genau, und hier kommen wir doch dann, wo wir uns aussuchen konnten, ne? Guck mal, wo wir uns standen. Guck mal, wo wir uns standen. Okay. Okay. Okay, das kann man nicht mehr hören. Hier kommen wir nicht rüber. Guck mal. Guck mal. Können wir dann nach oben? Okay, ich geh mal nach oben. Okay, ist schon mal. Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch eine Tür. Wir müssen wohl einmal drum rumgehen. Dann müssen wir doch schon nach unten. Okay. Ach, tiefer hat er auch noch ihre Hoch-Tun-Fertigkeiten offen. Okay, jetzt hat sie es auch fertig. Oh, da unten war doch auch noch einiges. Ähm, kurzer wird. Oh, zwei Moke-Medaillen. Danke, danke. Und noch eine, das ist gut. Wir müssen nochmal bei dir zum Moke-Medaillen, da haben wir doch bestimmt einiges zusammen. Okay, da ist auch noch eine. Oh, 1000 Guild. Das ist doch besser wie 100, äh, wie ein Guild, was wir von hatten. Und das war ja gar nichts. So. Oh, das können wir dann kaufen. Oh, Megatranks-Angebot. Oh, das gibt es denn noch so. Oh, jetzt kann ich eigentlich einfach eine der drei Sachen enttäuschen. Äh, Vitalität. Uff. Nicht einfach. Komm, nehmen wir noch den Platinen-O-Ring. So. Megatranks-Angebot nehme ich gern noch. Alles mit. Und Äther. Oh, jetzt sind wir quasi pleite, noch 92, gell? Okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren. Klickt auf die Glocke. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Noo-O-O-O-O. Untertitelung des ZDF, 2020